So, liebe Leutchen, gucken wir uns natürlich heute nochmal den Fettscam an. Hier sind so einige Sachen dazugekommen und es ist einfach mega wichtig, darüber zu sprechen, über diesen Fettbetrug. Das finden Menschen auch ziemlich interessant, diese Sache, aber Menschen finden es sehr, sehr schwer, das zu verstehen, warum die Fettangaben nicht stimmen, also die Berechnung davon finden sie sehr, sehr schwer. Manche Menschen können es nicht verstehen, dazu kann ich einfach nur mein Video dazu empfehlen, und zwar das Video hier, wenn man eingibt Betrug, Fettgehalt, dann findet man hier mein Video, da habe ich über die Berechnung gesprochen, 10 Minuten lang und dann sollte es eigentlich klar sein. Okay, ist ein bisschen verwirrend, ist eigentlich nicht wirklich schwer, eigentlich ist das super einfach, aber manchmal hat man so einen Knoten im Kopf, den man nicht lösen kann und deswegen ist das für manche ein bisschen problematisch. Also gehen wir einfach nochmal durch, weil das einfach sehr, sehr interessant ist. Der Fettgehalt, hier haben wir erstmal, also ich sollte mich mal ein bisschen kleiner machen, wir haben hier auf jeden Fall gelb die Tierprodukte, grün sind pflanzliche Low-Fat-Foods, blau sind normale pflanzliche Nahrungsmittel und rot sind pflanzliche High-Fat-Foods, dann gibt es noch den Totenkopf, da sind isolierte Fette und somit natürlich Gift. Und um das zu wissen, das sind die vier Farben, das ist das Wichtige. Ich werde euch das Dokument natürlich unten verlinken, ist ganz klar. Ja, das ist jetzt mein Dokument, das ist nicht das, was ihr habt. Ihr habt hier eine Kopie davon und, aber die sind halt identisch. So, Vollmilch, das ist der Klassiker überhaupt, deswegen habe ich die Liste auch damit angefangen, weil das ist halt, hier erkennt man den Fettbetrug am allerbesten. Hier ist der angegebene Fettgehalt mit 3,8%. Und in Wirklichkeit natürlich sind wir bei 52%. Das hört man auch bei den ganzen Plant-Based-Doktoren. McDougal spricht öfters darüber, wenn man seine Vorträge guckt. Und auch Professor Dr. Vate hat das auch schon angesprochen. Und die ganzen anderen Doktoren auch. Hier fällt mir gerade ein, das beste Video auf YouTube, Perils of Dairy. Da spricht er halt über die Milch. Da erwähnt er das, in diesem Vortrag erwähnt er das natürlich auch. Sagt er, Milch besteht ja aus Wasser. Und das Wasser musst du rausrechnen, ansonsten kannst du ja den Fettgehalt strecken. Und das ist doch ja ganz genau das, was man macht. Und deswegen sagt er, hat Milch ungefähr 52% Fett. Sagt er im Vortrag, weil das ganz genau so ist. Und deswegen haben wir hier die Milch. Und Magermilch ist das einzige Tierprodukt, was unter 20% kommt oder unter 10% kommt. Die Magermilch, die tatsächlich wenig Fett hat, ungefähr 2%. Und, naja, aber die Menschen normal, die trinken meistens diese Milch hier. Manche auch diese, die Mutigen, die so schnell wie möglich zunehmen möchten, weil sie hier das Hormonwasser einer Kuh trinken, damit aus einem Kalb eine Kuh wird. Das wollen die auch haben. Die wollen auch so wachsen. Und dann wächst da alles Mögliche im Körper. Ja, und dann deswegen hört man diese ganzen Storys, warum Milch so ungesund ist. Das liegt daran, dass das nicht für den Menschen gemacht ist. Unfassbar. Auf jeden Fall haben wir dann hier noch die Kondensmilch. Das ist, ich glaube, Kondensmilch, ist das nicht dasselbe wie in Russland diese Gushonka. Kann mal jemand in den Chat schreiben, der Bescheid weiß. Ist Gushonka Kondensmilch. Kondensmilch, das ist diese extrem süße, dickflüssige, weiße Flüssigkeit. Die ist so unfassbar lecker. Hier Bliné, wie heißt das, Pfannkuchen. Pfannkuchen mit Kondensmilch früher. Boah, ne. Da konnte man wirklich 2000 Kalorien zu sich nehmen. Absolut ohne Probleme. Da gab es nicht dieses, oh, ich kann nicht mehr, ich kann so viele Kalorien nicht essen. Da hat man Kondensmilch, wie ich Kondensmilch geliebt habe. Das ist ja nicht vegan. Das ist ja ein Milchprodukt, soweit ich weiß. Aber natürlich unfassbar lecker. Das ist der absolute Knallhammer. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so bekannt ist und sowas. Ich weiß gar nicht, in Russland ist das halt mega, mega bekannt. So wie hier Brot, so bekannt ist. Diese Kondensmilch, falls das das gleiche ist, ich weiß nicht. Ich muss irgendein Russe mal mir sagen. Oder Russe sprechen da. Rindfleisch dann natürlich, also das allgemein Fleisch. Hier sieht man ja auch Pute. Pute ist das fettärmste, was es gibt. Mit 34% Fett, was natürlich sehr hoch ist. Ist High-Fett. Alles über 30% ist High-Fett. Also könnt ihr hier sehen, außer Magermilch und Brot ist ja eigentlich alles High-Fett. Tierprodukte sind automatisch High-Fett. Pflanzliche Nahrungsmittel sind automatisch High-Carb. Das muss man verstehen. Deswegen, ein Mensch, der sich vegan ernährt, ernährt sich automatisch High-Carb. Außer er isst halt mit Absicht, die ganzen fettigen Sachen, dann ernährt er sich nicht High-Carb. Aber normalerweise ernährt sich ein Veganer immer High-Carb. Und einer der Tierprodukte isst immer High-Fett. Weil er in diesen ganzen Fettsachen isst. Und dann haben wir Speck natürlich. Klar, Speck mit 80%. Hier die absolute Fettschleude, die man sich überhaupt vorstellen kann. Der Käse natürlich auch. Käse ist natürlich ein gelber Fettklumpen. Der ist aber wenigstens noch weich. Es gibt ja die gelben, harten Fettklumpen, auch genannt Butter. Und deswegen 75% Fett. Das ist einfach nur, wirklich, einfach nur fettiges, fettiges Fett. Dann haben wir Lachs natürlich, ne? Der gesunde Fisch, der so gesunde Fisch, der unfassbar hart dein Blut klumpt und dich fett und krank macht, ne? Mit unfassbaren 60% Fett. Ja, Hering, Heilbutter ist überhaupt Game Over, ne? Das ist einfach nur, das ist, du drückst da drauf und das ist ja, wuup, wuup, ne? Das ist einfach nur fettiger Belag, ne? Das ist unfassbar fettig. Ei natürlich. Hier der Klassiker, ein Ei hat mehr Fett als Chips und hat mehr Fett als Schokolade. Könnt ihr das sehen? Chips und Schokolade, Schokolade macht nicht Fett, Schokolade macht Fett, aber es macht nicht Fett wegen dem Zucker, sondern wegen dem Fett, das so drin ist. Da sind Unmengen Fett drin. 30 Gramm Fett auf 100 Gramm. Muss auf die Kalorien berechnen. Dann 30 Gramm von 535 Kalorien sind 50%. Und deswegen, Schokolade ist eine absolute Fettschleuder. Dann haben wir Nutella, 54%, was mir auch aufgefallen ist, diese ganzen industriellen Sachen irgendwie, so Burger und Nutella und Riegel und sowas, die bewegen sich alle ungefähr bei 50%. Irgendwie so ein lustiger Zufall. Und Kekse auch ungefähr 50%. Schwarzwälder Kirschtorte, Fettschleuder. Denkt jeder, Torte macht Fett wegen dem ganzen Zucker, weil es so süß schmeckt. Ja, du schmeckst das Fett nicht. Ja, die Torte besteht, du kannst dir vorstellen von der Torte, ja. 60% der Torte in dieser Bereich hier ist reines Fett. Ja, du isst Fett. Und deswegen macht Schwarzwälder Kirschtorte Fett. Genauso wie Eis Fett macht, weil Eis aus Fett besteht. Das ist eine gefrorene Fett-Zucker-Pampe. Mit Wasser halt. Wenn du ehrlich bist, musst du das Wasser halt rausrechnen, um den Realgehalt rauszukriegen. Ansonsten kannst du es ja strecken, weil man gibt den Fettgehalt auf Gewicht an. Und das Gewicht kannst ja variieren. Je mehr Wasser du reintuchst, umso geringer ist der Fettgehalt. Je mehr Wasser du rausholst, umso höher ist der Fettgehalt. Das ist halt der Milchtrick. Deswegen gibt man hier solche Zahlen an. Ich habe da ein ganzes Video drüber gemacht, wo ich erklärt habe, wie man ohne, wie war der Titel irgendwie, guckt einfach in meine Playlist. Da habe ich ein Video gemacht, wie man aus 100% Fett 1% Fett macht, ohne etwas dazu zu tun, außer Wasser. Du kannst ja einfach nur strecken. Und eben nur das Gewicht erhöhst. Und dann haben wir hier Kefir noch. Waren wir hier, genau. Latte Macchiato habe ich einfach mal eingegeben, auch so ungefähr 50%. Buttermilch, seltsamerweise hört sich so an, als wäre es übelst voll mit Fett und so, aber tatsächlich Low-Fat. Actually Low-Fat, Buttermilch. Snickers, auch 50%. Seht ihr denn, diese ganzen Sachen reihen sich irgendwie bei 50% ein. Dann Joghurt, Chips, 60% Chips, ganz klar fertig, weiß ja auch jeder. Schokolade, 50%, ganz, ganz wichtig. Hier, wir haben über Donuts gesprochen, wisst ihr noch, wegen diesem einen Arm-Wrestler, der gesagt hat, der isst Donuts und dann wird er fett. Und dann haben alle gedacht, ja, wegen dem Zucker ist er übelst süß mit Zuckerüberzug und alles. Ein Donut, habe ich mal berechnet, ein Donut, 67% Fett. Kannst du dir vorstellen. Fast drei Viertel von einem Donut ist reines Fett. Deswegen machen Donuts Fett. Nicht, weil es süß schmeckt. Das ist das Fett, das sich Fett macht. Cabanossi natürlich übelst fettige Wurst, ja, allgemein Wurst, wie man sieht, übelst fettig. Geht schon Richtung 80%. Hier wieder, den Burger zum Beispiel, auch wieder so 50%. Dann Brötchen, habe ich hier bei Tierprodukten reingetan, weil halt da wird manchmal Milchpulver reingetan und sowas mit Butter und so, solche Sachen wird da gebacken. Dann ist das, ja, oft sind da halt Tierprodukte drin. Und dann Berliner, 44%, Pizza Thunfisch, schon wieder ungefähr bei 50%. Dann Mayonnaise, Butagi ist natürlich reine Fettpampe. Obwohl das natürlich der Realgehalt natürlich nicht stimmt, weil da ist ja auch zum Beispiel Eiweiß drin, weil das ist ja Eigelb, eine Mayonnaise. Aber diese Mengen, die dort drin sind, geht davon aus, dass das rein Fett ist, einfach nur reines Fett. Und deswegen Butagi ist ganz klar der Tod überhaupt. Und dann kommen wir zu den pflanzlichen Nahrungsmitteln, die meistens, in den allermeisten Fällen 90, 95% aller pflanzlichen Nahrungsmittel sind hier grün. Also Low-Fat, pflanzliches Low-Fat. Die Tiere, die Pflanzenverwässer, die ernähren sich Low-Fat. Das ganze Grünzeug, das sie essen, das ist Low-Fat. Sojasoße haben wir mit 0, also so gut wie fettfrei Limettensaft, so gut wie fettfrei. Weil weißer Zucker ist fettfrei. Das kann man essen, wenn man überhaupt kein Fett zu sich nehmen will. Also als Gewürz kann man das benutzen. Das ja, sollte man nicht einfach so essen, ergibt ja keinen Sinn, weil du kannst stattdessen Nahrung essen. Deswegen sollte man Nahrung essen. Aber ich benutze Zucker auf jeden Fall als Gewürz. Und ich bin komplett auf weißen Zucker umgestiegen. Ich weiß nicht, braunen Zucker und sowas ist schön und gut. Aber irgendwie fahre ich am allerbesten mit weißem Zucker. Mit Sirup habe ich Probleme tatsächlich. Wenn ich weißen Zucker benutze, habe ich keine Probleme, noch nie gehabt. Funktioniert absolut mega gut. Das ist auch in meinen Haferflocken und sowas. Zwei Esslöffel weißer Zucker, ein gehäufter Esslöffel. Absolut perfekt. So, dann habe ich hier mein Lieblings-Eis reingetan. Das könnt ihr mal vergleichen. Tierprodukt-Eis, das auf Milch gemacht ist, vollgestopft mit Fett. 60% Tierprodukt-Eis, veganes Eis, 0,8%. Das ist ungefähr, ich weiß nicht wie vielfach, 66-fache Menge an Fett in Tierprodukt-Eis. Irgendwie sowas, könnt ihr euch vorstellen. Deswegen esse ich dieses Eis. Das ist aktuell mein absolutes Lieblings-Eis, Zitroneneis. Oh, Zitronen-Sorbet, das ist so unfassbar lecker, aber problematisch für die Zähne leider. Wie das so oft ist, das, was einem übelst gut schmeckt, das hat irgendwelche Problemchen. Aber es ist halt mega unfassbar low-fat. Kann man unlimitiert essen. Und wenn man sich vorstellt, hier, ich weiß nicht, Ananassaft oder Apfelsaft hat doppelt so viel Fett wie mein Eis. Das ist schon ein absolutes Ding. Dann Vollrohrzucker 1%, Karoppulver, Marmelade 2%, Magenbrot habe ich ja auch hinzugefügt. Auch super lecker, aber ist halt Schokolade und also konnte ich auch nicht essen. Ich habe mir mal eine Packung gekauft im Winter, habe man gesündigt, fand es auch unfassbar lecker. Aber kann ich natürlich nicht essen. Wenn ich Magenbrot esse, kann ich nicht mehr schlafen wegen dem Koffein da drin, auf was ich übelst stark anspringe. Deswegen geht leider nicht sehr, sehr schade. Ketchup 1%, Kartoffeln 1%, Süßkartoffeln. Süßkartoffeln sind das Nahrungsmittel mit dem allerniedrigsten Fettgehalt überhaupt. Von den vollständigen Nahrungsmitteln mit 1,08. Ihr wisst, die am längsten lebenden Menschen der Welt, die Okinawas, die ernähren sich zu, was war das, 60, 80% Süßkartoffeln. Das hat so wenig Fett, deswegen sind die so gesund. Deswegen sind die die ältesten Menschen der Welt. Bananen 2%, Reisapfelsaft, Karottensaft habe ich hier auch eingetragen, 3%. Rosinendatteln, rote Beete-Saft, Zucker, Rübensirup. Bohnen, Paprika, ja Bohnen sind auch low-fat, mega low-fat, genau wie Paprika. Ist ziemlich interessant, finde ich. Dann denkt man so, oh, die sind schon ein bisschen fettig oder so, denkt man so, 10, 20, vielleicht 30% Fett. Nee, die sind mega low-fat Bohnen. Na, ultra gesund natürlich. Da Linsen sind genau das gleiche, diese ganzen Eiweißbomben. Ultra low-fat, ultra gesund. Können aber Belehrungen verursachen. Nudeln sind low-fat, deswegen kann man tatsächlich unlimitiert Nudeln essen. Unlimitiert. Weil du kannst davon nicht fett werden. Du kannst davon, man, warum essen Menschen Nudeln und werden fett davon? Was machen sie mit den Nudeln? Sie tun Hackfleischsoße drauf. Hackfleischsoße brät man in Öl. Man bereitet die in Öl zu. Also hat man Fleisch, also hat man Tierprodukte, Wachstumshormone, Wachstumsfaktoren, IGF-1-Pusher, alles, was für Wachstum sorgt, alles, was sich fett macht, plus auch noch das Ganze in Öl gebraten. Das, was sich bei Nudeln fett macht, ist immer die Soße. Kennt ihr mein Video, warum macht Salat fett? Ja, wenn man auf einen Salat gluck, 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 gluck macht. Ihr wisst, das gluck, gluck, gluck Video von mir. Immer schön da Öl drüber kippen, 100% Reinfett. From the lips to the hips. Deswegen wird man von Salat fett. Wenn man eine Salat-Diät macht und sich wundert, oh, ich kann nicht abnehmen. Du kannst nicht abnehmen, nicht wegen dem Salat, sondern das, was du da drauf tust auf den Salat. Alle Menschen denken, Nudeln machen fett. Klar, wenn du den Öl ertränkst, in Italien tut man auch zum Beispiel über die Nudeln Öl drüber. Auch gluck, gluck, gluck über die Nudeln. Und von daher, Nudeln, von Nudeln. Ich kann nicht fett werden von Nudeln, weil ich tue da kein Öl drauf, ich tue da keine Tierprodukte drauf. Ich tue sowas wie Tomatensauce oder Curry, irgendeine Currysoße, Süß-Sauersauce, irgendeine solche Sachen. Sojasauce. Oder lass das in dem Wasser einfach kochen. Und salze das gut und alles. Und dann habe ich so Nudelsuppe. Da ist kein Fett drin. Du kannst davon nicht fett werden. Da ist kein Fett. Wovon willst du dein Körper Fett aufbauen? Das wird nur aus Fett aufgebaut. Deswegen, wenn du kein Fett isst, kannst du auch kein Fett aufbauen. Okay. Guck dir meine Erfahrungsberichte, 1400 Stück. Was passiert, wenn Menschen aufhören Fett zu essen? Verlieren sie ihr Körperfett. Zwiebeln 2%, Ananas 1%, Trauben, Karotten, ganz interessant, Bulgur, Buchweizen, Orangen, Maronen habe ich hier auch eingetragen mit 4%. Orangensaft. Der wird ausgepresst. Orangensaft hat mehr, doppelt so viel Fett wie Orangen. Das liegt daran, weil die mit Schale ausgepresst werden. Und in der Schale ist das Orangenöl. Granatapfel, 7%, Bierhefe, Hirse. Und dann kommen wir zu den normalen Nahrungsmitteln, die auch unlimitiert gegessen werden dürfen. Das Einzige, was nicht unlimitiert gegessen werden darf, sind High Fat Foods, also das Rote, zu dem wir gleich kommen. Hier sind also Pilze, Kokoswasser, Zitronenwasser, Brokkoli, Feldsalat, unfassbar. Wie viel Fett das hat. Man denkt so irgendwie, das wird überhaupt gar kein Fett haben und so. Nein, nein, das hat schon sein Fett. Das hat das Fett, was der Körper braucht und was du brauchst, um alles aufzunehmen. Haben wir hier die Karotte. Die Karotte, die ist nicht fettfrei. Die hat genau das Fett, was du brauchst, um das Beta-Carotin zum Beispiel aufzunehmen. Und es kommt übrigens ein großes Video über Karottensaft mit Wissenschaft und alles. Ein richtig geiles Video. Und Haferkleid, Reismilch, Spirulina, 15% Fett. Und dann kommen die High Fat Foods, bei denen man aufpassen sollte. Man kann natürlich Fett essen, ganz klar. Wie viel High Fat Foods man essen kann, hängt davon ab, ob du halt zunehmen willst, abnehmen willst. Daran hängt es fest. Wenn du nicht abnehmen willst, kannst du High Fat Foods essen. Absolut. Ich esse High Fat Foods persönlich jeden Tag, weil ich mein Gewicht halten will. Wenn ich aufhöre, High Fat Foods zu essen, fängt mein Körpergewicht an zu sinken. Und zwar ins Bodenlose. Es sinkt einfach immer weiter, weil mein Körper das Fett verbrennt. Und es kommt kein Fett rein. Und dann wird man immer, immer dünner. Und deswegen esse ich auf jeden Fall High Fat Foods. Gewürzspekulatius, vegan ist 37% Fett. Das meiste Gewürzspekulatius ist vegan tatsächlich. Hafermilch, Kakaopulver hatte ich auch mal gekauft. Damit habe ich mir Nutella gemacht. Ein selbstgemachtes Nutella. Übelst lecker habe ich ein Video gemacht. Der McDonalds Big Vegan TS mit 34% Fett. Sojamilch, Sojajoghurt. Und dann kommen hier die ganzen Kracher. Soja Produkte. Hier, die drei hier High Fat. Ben & Jerry's Vegan habe ich mal eingegeben. 53% Fett. Also könnt ihr vorstellen. Ben & Jerry's 53% Fett. Und mein Eis, das ich esse, 0,8. Das ist der Unterschied. Warum ich Ben & Jerry's nicht kaufe und nicht esse. Weil ich habe mir mal die Zutaten angeguckt. Und dann ist mir alles vergangen. Dann ist mir mein ganzer Hunger vergangen. Ich habe es mal probiert. Ich habe es mal probiert. Es ist übelst lecker. Es schmeckt wie der Himmel. Das ist ganz klar. Fett-Zuckerpampe. Es ist eigentlich Fett-Zuckerpampe gemischte. Und es schmeckt natürlich wie der Himmel. Das ist ganz klar. Dann kannst du das ganze Ding aufessen. Ohne Probleme. Aber das ist halt, was Gesundheit angeht. Eine absolute Katastrophe. Und das macht Fett. Weil es vollgestopft ist mit Fett. Soweit ich mich erinnern kann, hat das drei verschiedene Öle gemischt. Also das kann man sich nicht antun. Also sehr, sehr schade. Man könnte, denke ich, auch die drei Öle dort nicht reintun. Dann würde es natürlich ganz anders schmecken. Aber dann würde man halt ein Fettgehalt auch vielleicht unter 20 oder 10 Prozent kriegen. Was absolut ein Knallhammer wäre. Dann würde ich es kaufen. Dann würde ich ein Video machen. Aber habe ich nicht sogar das im Video. Stimmt. Ich habe das im Video getestet. Ben & Jerry's Vegan. Vor ein paar Jahren, glaube ich. Aber natürlich kann ich nicht kaufen. Geht einfach nicht. Vor allem das ist ja isoliertes Fett alles. Isoliert ist ja nicht gebunden. Das hier ist ja gebundenes Fett. Das kannst du ja essen. Aber nicht, wenn du abnehmen willst. Dann solltest du es nicht essen. Und wenn du Herzprobleme hast, auch nicht. Vor allem keine Nüsse. Und dann Beyond Meat Patty habe ich ja gegessen. Ist mir auch schlecht geworden nach dem Beyond Meat Patty. Der war so unfassbar fettig. Und der hat nach Fleisch geschmeckt. Es haben viele geschrieben, der schmeckt zu real. Der schmeckt, du kannst nicht unterscheiden. Es gibt keinen Unterschied mehr, ob das Fleisch ist oder nicht. Schmeckt 1 zu 1 wie Fleisch. Und kann ich auch nicht mehr. Habe ich mal gekauft, probiert. Und kann ich auch nicht mehr kaufen. Es ist einfach zu viel isoliertes Fett. Dann hier Avocados. Hier kommen dann die absoluten Kracher. Paranuss 90%. Das hier gebe ich mir mit einer Karotte. Oder wenn ich Karottensaft trinke, werfe ich mir einen Nuss rein. Denn die hat natürlich so viel Fett. Da kannst du alles aus der Karotte 100% aufnehmen. Auch so kannst du das meiste aufnehmen. Aber wenn du Perfektionist bist natürlich und sagst, okay, ich will wirklich alles aus der Karotte aufnehmen. Dann musst du etwas Fett dazu essen. Am besten natürlich gebundenes Fett. Aber es funktioniert jedes Fett. Also es würde jetzt auch Öl funktionieren. Deswegen tut man Vitamin D zum Beispiel in Öl rein. Um die maximale Aufnahme zu garantieren. Aber ich empfehle natürlich Vitamin D ohne Öl. Das ist auch das, was ich promote. Du nimmst einfach zu einer Mahlzeit. In der Mahlzeit hast du immer 20, 30, 40 Gramm Fett. Und das ist mehr als genug, um alles aufzunehmen. Deswegen nicht Vitamin D mit Wasser trinken. Also auf nicht in den Magen, sondern nach einer Mahlzeit. Aber jetzt ist so und so Sommer. Also ich habe Vitamin D-Einnahme schon beendet. Ich bin jeden Tag draußen. Man sieht es in der Kamera schlecht. Ich bin auch ein bisschen verbrannt auf der Stirn. War ein bisschen zu lange draußen. Irgendwie vier Stunden Spaziergang gehabt oder so. Letztens. Von daher, keine Wolke am Himmel. 24 Grad. Und dann gehen wir hier weiter. Kokosnuss. Kokosnussmilch. Auch das ist ein Grund, warum ich Kokosnussmilch nicht mehr kaufe. Auch wenn die auch wieder übelst lecker ist. Man kann damit so unfassbar geile Curry-Soßen machen zum Beispiel. Und dann Nudeln in so einer dicken gelben Soße mischen. Mit Zwiebeln und Bohnen und alles. Boah, so unfassbar lecker. Aber Kokosnussmilch ist halt übel. Das ist so übel. Vor allem das Fett aus der Kokosnussmilch. 90% davon gesättigte Fette. Das hat nichts. Nichts hat so viele gesättigte Fette. Und gesättigte Fette sind die allerschlimmsten Fette von allen Fetten. Also Kokosnussmilch ist wirklich so eine üble Sache. Habe ich auch früher in meine Smoothies reingetan. Auch der Himmel. Aber das ist halt so unfassbar ungesund. Sogar bei Kokosnuss muss man schon. Straucheln. Ich habe ein Video gemacht. Sind Kokosnüsse das vollständige pflanzliche Nahrungsmittel gesund? Well, problematisch. Als einziges Nahrungsmittel überhaupt in der Pflanzenwelt ist es problematisch. Weil es halt diese Unmengen an gesättigten Fettsäuren hat. Die machen am allerschnellsten. Heben sie deinen Cholesterinspiegel an. Am allerschnellsten machen sie Arteriosklerose. Bei Veganern auch. Deswegen Kokosnussmilch ist so eine üble Sache. Aber natürlich schmeckt wie der absolute Himmel. Und dann Margarine und jedes Öl ist ganz klar. Ist natürlich der absolute Untergang für die Gesundheit. So, das war's. Das Video ist, oh mein Gott, viel zu lang geworden. Auf jeden Fall. Das ist der Fettgehalt. Das ist alles Wichtige eigentlich hier eingetragen. Und ja, hier ist eigentlich alles eingetragen, was ich esse. Ich esse eigentlich nichts, was hier nicht steht. Und von daher, Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich sehr, sehr gerne unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet und so meine Arbeit ermöglicht. Und euch Vorteile sichert. Exklusive Vorteile, wie zum Beispiel Vegans Abzeichen. Und den Veganismus damit unterstützt. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und guckt morgen wieder rein. Peace.